Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video stelle ich für euch die zwei wohl beliebtesten Open-Source-Serverbetriebssysteme, nämlich Proxmox und Unraid einmal gegenüber. Anhand von vier Kategorien zeige ich euch die unterschiedlichen Eigenschaften der Software auf und ich gehe auch jeweils auf die Vor- und Nachteile ein, sodass ihr euch am Ende des Videos ein Bild davon machen könnt, welche Software für euch die richtige ist, beziehungsweise welche Software sich für euer Projekt am besten eignet. Nun, ich würde sagen, legen wir doch wie immer direkt los. Du möchtest dir deinen eigenen Server zusammenbauen oder einrichten und benötigst dabei Unterstützung oder bist dir bei einer Sache nicht sicher? Dann melde dich gern bei mir. Egal ob Privatanwender, Unternehmen oder Verein. Ich unterstütze dich von der Auswahl der passenden Hardware, über die Installation der Software wie Proxmox, Nextcloud und viele weitere, bis hin zur Absicherung und Backup. Du hast Interesse? Dann schreib mir einfach eine E-Mail an service-at-apfelcast.com. Mein Name ist Daniel von der Firma Apfelcast. Nun, zu Beginn ein kleiner Hinweis. Dieses Video hier hat in keinster Weise in Anspruch, einen Deep Dive in die jeweilige Software zu werden. Sonst würde das Video hier wahrscheinlich mehrere Stunden gehen. Sonst, ich möchte euch einfach der Übersichtlichkeit halber diese Hauptfeatures eben der jeweiligen Software vorstellen und gegenüberstellen. Also, nehmt es mir nicht übel, wenn ich hier kleinere Features und weitere Anmerkungen absichtlich auslasse. Legen wir doch los mit einer Kurzvorstellung der beiden Systeme, sodass ihr einen Überblick habt, was was so grundsätzlich kann und für was es so gedacht ist. Legen wir los mit Proxmox. Proxmox ist eine Open-Source-Virtualisierungsplattform für KVM-Umgebungen, also klassische virtuelle Maschinen und auch LXC-Container. Damit ist Proxmox sehr, sehr gut für die Virtualisierung von Linux-Betriebssystemen geeignet. Allerdings ist es natürlich auch möglich, andere Betriebssysteme wie beispielsweise Windows oder macOS damit ebenfalls zu virtualisieren. Proxmox verfügt über eine sehr einfach zu bedienende Web-Oberfläche. Hierüber könnt ihr virtuelle Maschinen, Container und so weiter erstellen. Ihr könnt hier auch vorhandene Container bearbeiten. Ihr könnt hier relativ tief in die Materie einsteigen, Netzwerkeinstellungen vornehmen, zusätzliche Hardware einbinden und so weiter und so fort. Und auch eine sehr gute Backup-Logik ist direkt in Proxmox integriert und Proxmox bietet sogar nochmal ein separates Betriebssystem nur für Backup-Systeme mit, also da auch sehr gut umsorgt. Proxmox kann im Cluster betrieben werden, das heißt ihr könnt mehrere physische Proxmox-Server zu einem Cluster vereinigen und auch High-Availability-Cluster sind hier möglich, also dass, falls mal ein Server ausfällt, ein anderer die Aufgaben dessen dann automatisch übernimmt. Unraid ist ein klassisches NAS-Betriebssystem, welches auf Linux basiert. Beim Dateisystem setzt Unraid für einzelne Platten auf XFS und für größere Datenpools wird hier das Dateisystem BTRFS, also auch Better File System genannt, eingesetzt. Unraid wird ebenfalls über eine sehr ansprechende Web-Oberfläche gesteuert und bietet eben neben klassischen NAS-Funktionen, wie das Zurverfügungstellen von verschiedenen Datenpools über Netzwerkfreigaben wie SMB, AFP, NFS und viele weitere. Auch noch Zusatzdienste, wie beispielsweise die Möglichkeit darauf virtuelle Maschinen oder auch Docker-Container betreiben zu können. Schauen wir uns nun in der ersten Kategorie mal die Kernfunktionen der beiden Systeme an. Wie immer beginnen wir mit Proxmox. Ihr habt es wahrscheinlich im Überblick schon gemerkt, dass die Kernfunktion von Proxmox Virtualisierung ist, also das Hosten, das Zurverfügungstellen von virtuellen Maschinen und Linux-Containern. Naja und darüber hinaus, naja das war es eigentlich. Mehr kann Proxmox nicht. Natürlich gehören dazu noch die ganzen Dienste, die zu einem Virtualisierungsbetriebssystem eben gehören, wie diese Backup-Logiken und alles darum herum, was eben das Einstellen und Betreiben solcher virtuellen Systeme dann ermöglicht. Allerdings sind hier keinerlei Dateifreigabesysteme oder irgendwelche anderen Funktionen integriert. Die könnt ihr natürlich alle aus Proxmox herausholen, indem ihr dann eben die entsprechenden virtuellen Maschinen installiert. Also zum Beispiel Open Media Vault, um NAS-Dienste nutzen zu können oder eine Nextcloud für erweiterte Dateifreigabedienste oder Clouds. Das könnt ihr theoretisch alles mit Proxmox machen, allerdings halt nicht im Grundbetriebssystem. Also nochmal wichtig festzuhalten, die Kernfunktion und eigentlich auch einzigste Funktion von Proxmox ist die Virtualisierung von KVMs und Linux-Containern. Bei Unraid umfassen die Kernfunktionen zum einen mal einfach die ganz normalen Kernfunktionen eines jeden NAS. Also das Zurverfügungstellen von Daten über lokale Netzwerkfreigaben, wie beispielsweise SMB, AFP, NFS, aber auch in fernteren Diensten wie WebDAV, SFTP und so weiter. Also das, was im Grunde genommen ein jedes NAS kann. Dazu kommt natürlich noch so ein bisschen die Datenträgerverwaltung, also die Festplattenverwaltung und auch das RAID-System. Hier kommt ja auch so ein bisschen der Name her, Unraid, weil im Endeffekt, ja Unraid benutzt ein RAID, das aber eigentlich kein RAID ist, aber so ein bisschen wie ein RAID funktioniert, um das mal so ganz einfach darzustellen. Ich habe euch ja im Überblick schon ein bisschen was genaueres zu den Dateisystemen hier erklärt. Kommen wir nun zum Thema Virtualisierung. Auch ein sehr wichtiges Thema, das auch beide Systeme hier bieten. Proximox bietet für die Virtualisierung grundsätzlich zwei Arten an. Einmal die klassische KVM-Virtualisierung, also das Virtualisieren von virtuellen Maschinen und dann eben, wie bereits erwähnt, das Virtualisieren über LXC-Container. Ja, LXC ist eigentlich Linux-Container genannt. Dabei geht es um die Virtualisierung auf Betriebssystem-Ebene. Im Endeffekt habt ihr die gleichen Funktionen im Großteil wie bei einer virtuellen Maschine. Eben auch hier verschiedene Linux-Distributionen zur Auswahl. Nur ganz einfach erklärt wird hier der Kernel des Host-Systems genutzt und ihr spart euch somit eine Menge Overhead. Das heißt, ihr bekommt mehr Linux-Container, allein von der Leistung her, auf einen Proximox-Server, als ihr virtuelle Maschinen draufbekommt, bei gleicher Hardware-Ausstattung. Einfach, weil das Ganze effizienter funktioniert und auch das Anlegen und Verwalten ist einfach ein Ticken einfacher, als wie bei virtuellen Maschinen. Ebenfalls im Bereich der Virtualisierung bietet Proximox eben das Clustering und auch das HA-Clustering, also einmal eben das Zusammenbringen von verschiedenen Servern, von verschiedenen physischen Servern in ein Cluster für die einfache Verwaltung. Aber Proximox bietet eben auch ein HA-Cluster, also ein High Availability Cluster, bei dem dann eben, falls ein Server ausfällt, ein anderer oder mehrere andere im Verbund dann die Aufgaben des Ausgefallenen automatisch übernehmen und ihr so möglichst wenig Downtime bei euren Diensten bzw. Virtualisierungen habt. Auch Unraid bietet zwei Arten von Virtualisierung an. Zum einen, das deckt sich mit Proximox auch die klassische KVM-Virtualisierung, also dass ihr eben hier virtuelle Maschinen erstellen könnt, diese verwalten könnt und eben auch ganz normal nutzen könnt über Unraid eben. Auch hier werden eigentlich alle gängigen Betriebssysteme wie Linux, Windows und macOS ganz normal unterstützt. Zusätzlich bietet Unraid noch die Möglichkeit der Docker-Virtualisierung, also der Virtualisierung auf Application-Ebene. Bei Proximox waren wir mit den Linux-Containern hier auf OS-Ebene, also hier zwei unterschiedliche Arten der Zusatz-Virtualisierung. Damit es jetzt aber hier zu keinen Verwirrungen kommt, natürlich könnt ihr Docker-Container auch auf Proximox betreiben, ein Video dazu habe ich auch schon gemacht, dann müsst ihr euch einfach nur Docker auf irgendeiner virtuellen Maschine oder einem LXC-Container installieren und dann könnt ihr das da genauso betreiben. Bei Unraid ist es einfach ein bisschen besser in das grafische User-Interface integriert. Unraid bietet allerdings hier kein Clustering und auch kein High-Availability-Support, zumindest nicht out of the box. Natürlich gibt es hier Projekte, das hinzuzufügen, aber ist eben nicht direkt von offizieller Seite supported. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist Speicherverwaltung. Bei Proximox geht es bei der Speicherverwaltung eigentlich nur darum, Datenpools für die ganzen virtuellen Maschinen und Linux-Container zur Verfügung zu stellen. Auch hier sind mehrere Datenpools an einem Server oder auch im Cluster verbunden natürlich möglich. Das heißt, es können mehrere physische Festplatten-Arrays im Server selber sein, aber ihr könnt eben auch externen Speicher wie beispielsweise ein NAS hier in den Proximox-Server mit reinholen und diesen dann als Speicherplatz für die virtuellen Maschinen und Container verwenden. Beim Verwalten von internen Speichern, also gerade wenn ihr ein internes RAID, ein Software RAID anlegen möchtet, setzt hier Proximox auf das ZFS-Dateisystem. Allerdings kann bei Proximox der Speicher, den ihr hier zur Verfügung stellt, nur von virtuellen Maschinen und Linux-Containern verwendet werden. Also ihr habt hier keine Möglichkeit, direkt irgendwelche Dateidienste zu starten, zumindest nicht out of the box, und dann Proximox noch gleichzeitig als NAS zu nutzen. Das geht intern nicht. Was aber natürlich geht, wie schon erwähnt, ihr könnt ja einfach eine virtuelle Maschine mit einem NAS-Betriebssystem aufsetzen und so über einen kleinen Umweg trotzdem den Datenpool von Proximox für NAS-Zwecke nutzen, nur halt nicht out of the box. Unraid hingegen bietet eine sehr umfassende Möglichkeit des Speichermanagements. Das bedeutet, ihr könnt hier mehrere Datenpools anlegen, die aus mehreren Festplatten bestehen, beispielsweise ein HDD-Pool, ein SSD-Pool. Ihr könnt auch extra Festplatten für das Caching einrichten, um hier die ganzen Datenübertragungsgeschwindigkeiten nochmal zusätzlich zu erhöhen. Außerdem ist meiner subjektiven Meinung nach die Speicherverwaltung in Unraid auch ein bisschen einfacher gestaltet, eben in der Web-Oberfläche, als das jetzt direkt bei Proximox der Fall ist. Und auch ein sehr cooles Feature von Unraid ist hier, dass der Speicherplatz sehr, sehr einfach erweitert werden kann. Also ihr könnt beispielsweise sehr einfach ausgedrückt neue Festplatten in euren Unraid-Server hinzufügen und diese werden zum Großteil automatisch erkannt und ihr habt dann einfach mehr Terabytes an Speicherplatz automatisch zur Verfügung. Das ist auch ein Feature, das sehr viele an Unraid mögen. Zudem ist der Speicher, den ihr hier in eurem Unraid-System verbaut habt, also die physischen Festplatten, sehr flexibel verwendbar. Wie gesagt, eben für interne Dateidienste, um hier verschiedene Sachen abzulegen. Aber ihr könnt natürlich diese Festplatten auch nutzen, um darauf dann eben eure KVM-Virtualisierung, also eure virtuellen Maschinen abzulegen. Nicht zu vergessen ist natürlich das Thema Kosten. Auch für viele mit Sicherheit ein wichtiger Entscheidungsfaktor. Also schauen wir uns das mal an. Proximox ist grundsätzlich mal unlimitiert kostenlos nutzbar. Das heißt, ihr könnt alle Funktionen, die die Proximox-Software bietet, uneingeschränkt nutzen, ohne etwas zahlen zu müssen. Dazu gezählt eben auch das Clustering, der HA-Support und so weiter. Also alles, was Proximox bietet, ist grundsätzlich für einen jeden unlimitiert, auch von der Zeit her unlimitiert, nutzbar. Zusätzlich bietet Proximox allerdings auch hier Subscription-Modelle an. Die könnt ihr euch dann eben online buchen, hier als Lizenzmodell. Da geht es um jährliche Kosten und die werden dann je CPU, also da geht es darum, wie viele CPUs ihr in eurem Server habt und dann eben noch nach verschiedenen Service-Leveln hier aufgeteilt berechnet. Die Kosten liegen dann hier genauer gesagt zwischen 90 Euro und 840 Euro je CPU pro Jahr. Nun, das hängt eben davon ab, wie viel Service ihr wollt. Und was ihr hier euch im Endeffekt kauft, ist zum einen Mal Zugang zu einer Enterprise-Repository, wo ihr bessere Updates bekommt, die stabiler sein sollen und damit es euch erleichtern sollen, den Server stabil am Laufen zu halten. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich nutze seit Jahren die Non-Subscription-Repository, also die vollkommen kostenlose und hatte auch noch nie Probleme mit Updates oder irgendwas in der Art. Und darüber hinaus bekommt ihr eben hier für diese Subscription auch noch Enterprise-Support, also ihr könnt euch bei Problemen direkt dann eben an Proximox wenden und müsst nicht nur auf Foren oder andere Dienstleister zurückgreifen. Bei Unraid sieht es hier ein bisschen anders aus. Unraid ist kostenlos eigentlich nicht nutzbar. Es gibt zwar eine 30-Tage-Testversion, naja, aber das ist ja nichts Langfristiges. Im Endeffekt braucht ihr immer eine Lizenz, wenn ihr Unraid nutzen möchtet. Was man Unraid hier allerdings zugutehalten muss, ist, dass es sich hierbei um keine Abos handelt. Diese Lizenzkosten sind alle einmalig und quasi auf Lebenszeit sozusagen gerechnet. Die Kosten richten sich hier danach, wie viele HDDs, also wie viele Speichergeräte, ihr an eurem Server betreiben möchtet. Das ist dadurch dann eben auch limitiert, je nachdem, welche Lizenz ihr habt. Die Lizenzkosten bewegen sich hier von 59 bis 129 Euro, wobei ihr hier am Ende der Skala dann auch eine Unlimitedgröße oder eine Unlimitedmenge an Festplatten dann zugestanden bekommt. Kommen wir nun zum Fazit. Welche ist nun von beiden die bessere Software? Ehrlich gesagt kann man das nicht wirklich sagen, denn ihr habt es jetzt wahrscheinlich auch schon gesehen und wahrscheinlich auch verstanden im Laufe dieses Videos, dass eigentlich BoxMox und Unraid zwei vollkommen unterschiedliche Systeme sind. Das eine ist ein reines Virtualisierungssystem und das andere ist ein sehr cooles NAS-Betriebssystem mit vielen Zusatzfunktionen. Also eigentlich hier Virtualisierer versus NAS, was auch auf Hardware-Ebene ganz unterschiedliche Dinge sind. Nun aber, wem würde ich jetzt welches Betriebssystem empfehlen? Auch das ist eigentlich im Endeffekt eine ganz einfache Antwort. Wenn ihr hauptsächlich Virtualisierung mit eurem Server betreiben möchtet, viele, viele verschiedene Dienste darauf verwalten möchtet, unterschiedliche Betriebssysteme auch nutzen möchtet, Linux, Windows und so weiter, dann würde ich euch ganz klar zu BoxMox raten. Sagt ihr hingegen, ich brauche hauptsächlich NAS, um in meinem Netzwerk Daten ablegen zu können und verteilen zu können und ab und an installiere ich mal den ein oder anderen Docker-Container und eigentlich ein bis zwei VMs allerhöchstens reichen mir, dann ist wahrscheinlich Unraid für euch das Beste. Also ihr seht, ihr müsst einfach entscheiden, wo liegt bei euch der Fokus. Fokus auf Virtualisierung, BoxMox. Fokus auf Dateisysteme, Einfall, Speicherverwaltung und vielleicht so ein bisschen Virtualisierung, dann Unraid. Übrigens, was ist nun hier die beste Lösung? Aus meiner persönlichen Sicht ist die beste Lösung, beide Systeme zu haben. Denn die gehen wirklich Hand in Hand. Beispielsweise nutze ich mal BoxMox klassisch für die Virtualisierung. Ich nutze meinen Unraid dann für klassische Dateidienste im Heimnetzwerk. Zum Beispiel für das Ablegen von Backups von allen meinen Rechnern. Aber auch für das Ablegen meiner BoxMox Backups. Das heißt, ich habe meinen Unraid-Server ganz einfach in BoxMox eingebunden und BoxMox schiebt seine Backups jede Nacht auf Unraid drauf. Dafür ist das super geeignet. Und da gibt es natürlich noch viel weitere Anwendungsfälle. Ihr könnt natürlich auch sagen, naja, ihr findet die Speicherverwaltung in eurem Unraid-Server besser. Das heißt, ihr packt den beispielsweise über eine 10-Gigabit-Anbindung direkt an eurem BoxMox-Server dran und legt dann quasi über eine entsprechende Dateifreigabe eure virtuellen Maschinen direkt auf eurem Unraid-Server ab und könnt dann da eure ganzen Speicher verwalten und nutzt beispielsweise in BoxMox nur eine interne Festplatte. Also, ihr seht, richtig interessant wird es meiner Meinung nach, wenn man beide zusammen nutzt. Ansonsten habt ihr ja jetzt hoffentlich ein paar Punkte bekommen, an denen ihr ja vielleicht eure Entscheidung festmachen könnt. Wenn euch dieses Video und dieser Vergleich weitergeholfen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und lasst mich doch sehr gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr das so seht oder welches Betriebssystem und ganz wichtig auch, warum ihr das denn einsetzt. Nun, wenn ihr keine Videos mehr zu dem Thema Open Source, zum Thema Server, BoxMox oder Nextcloud verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Falls ihr Unterstützung zu diesen Themen, also Open Source, Nextcloud, BoxMox, Unraid und so weiter benötigt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail an service-at-apfelcast.com schreiben und ich helfe euch gerne weiter. Nun, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.